Was sagst du? Ich habe mich gerade in den Lebensgefahr für dich begeben, ey. Das geht. Das wird mir ganz schön. Jetzt mal ernsthaft, was ist das hier für ein Hohlraum? Ich möchte es nicht wissen. Nein, ich nicht. Ja, Lukas, mach mal so eine unterirdische Verbindung. Ich werde nur noch schön, ein Wave-File zu deinem Gang. Na, aber die Treppe bei dir schon, oder? Was? Äh. Davor. Ich habe keine Ahnung. Die Biete ist nicht anders, direkt neben dem Haus, was? Ah ja, irgendwo da unten. Hier, gerade hier, oder? Hier. Da in der Mitte, da wo die mittlere Fackel ist. Ja. Soll ich was helfen? Na, die Bände und alles. Boah, Alter. Na, was machst du? Ja, immer wenn ich sie hinsetze, Rubens. Das ist jetzt zwei. Guck! Hol der Scheiß. Alter. Ist der Gang, der Dick, Lukas? Ja, ja. Den schleide den noch aus. Soll der oben bei den Steinen bleiben, oder? Da kommt der Holz hin. Ne, den kann ich danach ausgleiten. Das ist okay. Ja, oder macht, macht Poppel. Ich könnte eine Fackel irgendwo rein setzen. Ich muss hier dran. Kulig, es ist doch in Ordnung, dass ich da so eine Treppe hingesetzt habe. Ja, ja, das wollte ich eh machen. Ja. Was wird das eigentlich für ein Gang, ey? Der geht zu Lukas, ey. Nein, wir könnten noch eine eigene Bahnstation bauen. Was könnten wir? Bahnstelle, da braucht man noch Schienen. Nein, ja, genug Eisen. Na ja, so flimmert es auch nicht. So. Aufnahmefangen. So, fort. Die Wand, noch eine Wand fehlt noch. Oh, sorry. Aber hier fehlt auch noch eine. Nein. Und hier habe ich auch Stein hingemacht. Ja. Hier an die Wand. Oh, was machst du jetzt noch? Boden. Oh, Stein oder was? Ja. Typischer Lagerbau von mir. Ich weiß nicht, ja. Immer. Ja, nee. Das Lager ist bei mir immer ausgekoppelt. Alles Wände. Boden. Bei meinen Kraft sieht es halt sehr gut aus. Ja, bei meinen Kraft sieht es halt richtig geil aus. Okay, da ist noch ein normaler. Ansticht. Da. Gut, ich habe jetzt keine Steine mehr, sonst hätte ich dir das genau. Ja, ist okay. Und Backeln habe ich auch keine mehr. Warum setze ich immer ganz in die Ecke? Weil das geplant ist, weil immer zwischendrin Doppelkichten kommen. Schlau, gell? Oh. Ja, und zwar ziemlich schlau, dass du hier eine Koppeldecke reinmachst, weil dein Kissen kannst du nur auf den Boden hinstellen. Nee. Doch. Nee. Weiß mal. Nee, weiß mal nie. Ja, okay, weiß mal. Ja, ich brauche Holz. Du kannst nicht zwei Hochkichten machen. Doch, ich kann zwei Kisten miteinander machen. Die gehen dann aber nicht auf. Wer hat da recht? Wer hat recht? Ja. Die untere geht da nicht auf. Doch, pass auf. Ja, okay. Mach mal jetzt. So, seit wann geht das? Schon immer. Nein. Das geht nicht mehr. Das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Ich habe das aber schon immer so gebaut, eigentlich. So. Kann man Platz... Ja, Leute, das heißt, du kannst praktisch drei Hochkichten machen. Nee, da oben kann ich ja keine mehr hinmachen. Ach so. Das geht ja nicht wegen der Decke. Okay. Ja, aber das mit den Kisten geht erst seit Neustrum. Recht. Ja. Also, dann machen wir hier mehr Aufnahmepause, oder? Ja. Ja, ich schlafe noch kurz zu meinem Haus, warte kurz. Und dann würde ich sagen... Tschüss. Ich guck mal, was Lukas hier so gebraut hat. Aha. Ich stehe hier am Trend. Ach du Scheiße. Ah, okay. Und für was brauchen wir den Gang für nix, oder? Nein, ich schlafe den Treffekt aus. Wäre es möglich, dass wir die Farbe woanders hinbauen. Die was? Die Farbe, woanders hinbauen. Was für eine Farbe? Die weißen Farbe. Warum ich da rauskomme? Nee, nee, lass einfach stehen, weil... Immer wenn ich schlafen gehe. Äh, lol, mein Bett ist sogar genau mit der Linie vom Weg im Feld. Echt? Ja. Warum, wenn du schlafst? Ja, wenn du schlafen hast, den perfekten Ausblick. Ja. Äh, es geht da jetzt. Also. Alles. Jetzt, das war dann mal also. Also, 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 also. Ich stehe mich hier vor. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Mal wieder. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Ich die Pfund, ich die Pfund, ich die Pfund, ich die Pfund, aber ich bin, jeder behindert eh woanders. Ja, wow. Oh, ja. Okay, funktioniert. Oh, ja, das ist keine Einladung. Äh. Das ist cool. Also. Lukas ist wahrscheinlich Tschüß.... Los, lass schön ville von FK mais I watching yourAPROM. FI Indome Ah ja, das schreiben wir dahinter da ist er, das war das ich hab noch mit dem Fernglas auch hey lass es weh, weh, du mach was kaputt du bist groß Wallis, Wallis, hast du den Bogen dabei? den Bogen kann man mit den dünnen Glas halten durchschließen ah, sterb ich werd schon erinnern hey, nimm mal auf, das war Janis und Faust das hat ihm heute gesagt ich komm nicht rein, also ich komm nicht rein rein, hör auf, lass dich doch nicht kill alles von meinem Haus oh, ach